Nein, das hat er fucking... äh... NEIN! YOLODE! Was genau habt ihr gekommen? Oh mein Gott, zu einer neuen Folge Minecraft PvP vs. Yu Ich habe seit zwei Tagen... Alter, oder ja, so richtig PvP habe ich seit zwei Tagen nicht mehr gespielt Es ist gerade übel ungewohnt, aber irgendwie auch witzig, aber egal Also Jan hat echt eine Chance gegen mich Normalerweise ist er ja nicht so gut, ihr kennt ihn bestimmt aus meinen Streams oder so Ist das schon Famer als ich, ne, Spaß Ähm... Okay, oh, es ist so ungewohnt Es wackelt nämlich alles so schnell Warte mal, obwohl er passt Hä? Nice Okay, Leute, dann könnte ich vielleicht doch gewinnen, ne, Spaß Oh, lol, die Rot wurde verbessert in Nebby-Mod Ja, Leute, alles klar, Digam Ah, da regelt meine Kompo mal wieder Boah, das ist ungewohnt, man Aber Jan ist trotzdem noch kacke In der Tat So, 1 zu 0 steht's Leute, äh, ich bedanke mich nochmal Das war absolut krass für die 1000 Abonnenten Äh, es gab, ne, der Bug Äh, Seite ist jetzt auf dem Handy gefixt Also ihr könnt es jetzt auch komplett auf dem Handy wieder benutzen Da gab's einen kleinen Fehler Aber jetzt geht das auch wieder Hab mich echt gefreut Wie viele Leute sich da wirklich was bestellen wollten Und, ähm... Alter Soll ich dich labern lassen? Äh, ne, ne, lass mal Wir können ruhig Und es ist halt so, ähm... Würde mich halt echt freuen, wenn es sich wirklich ein paar bestellen würden Und, yo Oh mein Gott Ich bin grad echt so richtig kacke, ne? Also so richtig kacke eingespielt Da will halt geppeln, Alter Geppeln Nein Hä? Hä? Okay, jetzt geppel ich aber, mein Freund Hä? Wie langsam der Geppel einfach angekommen ist Okay Was? Okay, 1-1 Aber ich hab am Anfang gegeppelt, ne? Ich merk, wie scheiße ich bin Ähm, war ja im nächsten Video Also am... Donnerstag, genau Äh, es ist ja immer von Montag bis Sonnestag Eine kurze Pause Äh, ist dann ja, äh, wieder Minigames Lass mal ohne Geppel am Anfang machen Weil, weil dann... Ja, und der Geppel hier auch noch eben kurz Ja, es ist halt so, dass ich da immer Minigames mache Und... Und... Und ich muss auf jeden Fall noch mal zum Friseur Am Dienstag gehe ich da hin Und, yo Meine Frisur muss... Meine Frisur muss auf jeden Fall wieder etwas kürzer Das geht gar nicht Und... Ja So, es steht da 2-1, Leute Es geht mal wieder bis 5 Okay, ich hab ein... Kid-Roting von 119 Das ist eigentlich ganz okay Ey, das ist echt cool jetzt mit der Rod Die finde ich ganz geil jetzt Muss ich... Feier ich Also jetzt ohne Golderflamen am Anfang, ne? Ja, das ist allgemein euremache Ja, okay Ja, Leute, jetzt gehts langsam wieder Obwohl... Ja, du block, ne? Ja, okay Ich... Alle... Äh... Hast du den Kampf? Warum hacken alle? Alles klar, also... Jan hackt glaube ich nicht Also 3-1, Leute Es sieht ganz gut aus Aber es ist halt so Wie jetzt... Ich möchte jetzt auch bald mal wieder so... Äh... Das so machen, dass ich wieder richtig krasse Gegner hab Äh... Deswegen schreibt mir gerne... Äh... Sendet mir gerne Gameplays ein Ähm... Auf die E-Mail mrtz-gameplays.de Und dann, ähm... Äh... Könnt ihr auch mir gerne euren YouTube-Namen senden Und dann guck ich da auch vielleicht nochmal zweimal drüber Äh... Und vielleicht schreibe ich euch dann nochmal an Es ist halt so, ähm... Ich kann... Oh lol Vollverpeilt gerade Ähm... Es ist halt so, ich kann halt nicht mit jedem aufnehmen Aber wenn ihr aktiv seid, dann leidet ihr wahrscheinlich... Oh scheiße, ich hab jetzt jetzt Gapel genommen Nimm auch mal Äh... Äh... Loll... Warum verfüsst du dich denn? Immer neben den Gegner springen, Leute Immer neben den Gegner Uiuiui Hat er sich bei mir abgeguckt, mit neben der Gegner spüren? Hä, was machst du, Alter? Oh, lol, okay. Das ist doch mein Hecklein. Okay, 4-1, Leute. Ist auf jeden Fall krass. Und es ist halt so, wenn ihr ein Foto mit dem Mesh sendet und mir das halt einsendet, dann kommt ihr halt in das nächste Video. Der Versand dauert so drei Tage. So drei Tage. So drei Tage, genau. Ich hab mir jetzt auch noch mal den schwarzen Hoodie bestellt, weil ich den auch... Also ich mag halt auch schwarz. Jo, Leute, alles klar. Also wir werden ihn wahrscheinlich alle auf der Gamescom anziehen. Ne, Jan? Oh, lol, was mach ich, Alter? Ja, ja, gönnt er sich wirklich. Warte. Hm, was denn? Fände ich schon... Nö. Was für DMI, Alter? Nein, das hat er fucking... Äh... Nein! Du hast low ground. Verpiss dich. Digga. Und ich glaub, wie du anfingst zu wollen, dass du low bist. Warte. Fiss sich. Hält da um! Bleib doch da! Junge, bleib doch da, Mann! Bleib doch einfach mal da! Lauf. Was soll ich aufhören hier? Du sollst nicht raggen. Nein, ich hab nicht mehr zu verfeilen. I'm so sad, Digga. Okay, ist auf jeden Fall gerade ein echt spannender Fight. Muss man echt sagen. Äh. Na, kommt doch her. Leute, ich empfehle euch auf jeden Fall den Labimod zu holen. Es lohnt sich. Es lohnt sich megas. Dadurch habe ich mein Leben wieder in den Griff bekommen. Nicht wahr? Warum kann ich gerade nicht mehr switchen, lol. Ich konnte gerade nicht mehr switchen. Alles klar. Oh, ich dachte, ich kriege dich jetzt mal. Oh, Digga. Wir wetten, jetzt bist du low? Ich bin vier Herzen. Okay. Okay. Hä? Alter, was ist das immer? Dieses, diese kurzen Lacks, die fucken übel ab. Die hast du nämlich nicht, weil du so einen scheiß Fickpeen hast. Ja! Mann! 5-1, Leute. Ähm. Ja, easy, Leute. Also ich würde mich einfach nochmal bedanken für die 1000 Subs. Es wird natürlich noch ein fettes Subs-Special kommen. Nur ich brauche halt gutes Wetter dafür, dass es nicht regnet. Dann können wir das nämlich mit unserem Quadrocopter aufnehmen. Quadrocopter. Kann aber auch sein, dass ich das, äh, übermorgen fertig hab. Nein, ähm. Mal gucken, Leute. Ich werde euch da auf Twitter immer Bescheid geben. Haut rein. Wir dinnen uns. Kostet ein Merch. Mal gucken. Tschüss dialog. Tschüss. 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 Tschüss.